An einem drüben, brausenden Tag vor ein paar Jahrtausenden erschien ein Mann, ein anderer Mann und der Erschienene wies den Erscheinungshabenden an. Geht hin, sägt euch die Vorhäutchen ab, weil ich das Tatgeben entschieden habe, auch den übrigen Männern es auszurichten. Auf jene Eichel, um Buschelung sei zu verzichten, also eierlich rum an die Arbeit flott, mit freundlichem Gruß der liebe Gott. Und jetzt, nach all den vielen Jahren, sägen noch immer die Nachfahren des Erscheinungshabenden die Schiebedächer ab und der damals erschienene, lacht sich fürchterlich schlapp. Sie gehen wirklich hin und sägen die Vorhäutchen ab, weil ich damals diesem Kuffel eingeflüstert hab. Selbst den kleinen Jungs wird der Himmel skalpiert und als an der Hygiene umetikettiert. Ja, sag mal, was steht hier denn gar keinen Spaß? Na, wartet's nur ab, ich überleg mir noch was. An einem verlängerten Wochenende, so um die nächste Jahrhundertwende, da erscheint ein Mann ein anderer Mann und der dann erscheint, beweist den Erscheinungsnehmer an. Geht hin, zieht euch die Vorhäutchen lang, bis zu den Knie und dann hängt noch Gewichter dran. Auch den übrigen Männern ist beizubiegen, jenes Freundchen soll schrumblend im Falten liegen. Wer die Schlapplichsten hat, ist fromm und erlesen, mit freundlichem Gruß das mühere Wesen. Und an einem Tag, ich weiß es genau, da stellt sich heraus, dieser Gott ist ne Frau. Und an einem Tag, ich weiß es genau,